Bruder Paulus, was machst du hier auf einem Immobilienkongress? Lügst du mir die Beichte ab? Was ist deine Aufgabe hier? Du bist erstmal, sag ich mal, ein roter Punkt hier auf dem Kongress. Erzähl, was führt dich her? Ich glaube, dass ich hier am richtigen Platz bin, weil hier Menschen sind, die sich für Menschen interessieren. Immobilien werden für Menschen gebaut von Menschen. Und das, was im Moment so in der Immobilienwohnung schon da ist, die Unsicherheit, wie geht es weiter, die engste Krisenzeiten. Das sind Zeiten, wo ich als Seelsorger aufgerufen bin, da zu sein. Und gleichzeitig bin ich auch hier, weil ich mich um wohnungslose Menschen kümmere. Und dann frage ich mich, wo bleiben eigentlich die Ärmsten in unserer Gesellschaft bei der ganzen Bauangelegenheit. Und freue mich, hier da mal hinzuhören, an den Sorgen der Menschen teilzunehmen und vielleicht dazu beizutragen, dass sie mit ein bisschen Trost nach Hause gehen. Hast du das Gefühl, dass die Menschen hier besorgt sind? Nimmst du das wahr? Wir sind ja, wir Immobilienmenschen, wir sind ja alle immer nur in unserer eigenen Suppe. Wir kriegen das gar nicht so richtig mit. Hast du das Gefühl, dass hier, wie nimmst du Immobilienmenschen wahr? Und spürst du hier sehr viel Angst oder wie ist dein Gefühl, deine Einschätzung? Ich glaube, jetzt hier der P5-Kongress zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass es hier nicht ein Schaulaufen der Erfolgreichen ist, die sich hier wunderbar immer zeigen müssen, dass sie tolle Lösungen haben. Sondern ich spüre hier schon, dass Menschen da sind, die ganz ehrlich miteinander kollegial sprechen. Und je mehr man ehrlich miteinander redet, auch darüber, was einen für Sorgen umtreiben, umso mehr kann man auch miteinander daran interessiert sein, nach Lösungen zu suchen. Und das finde ich schon eine sehr menschliche, brüderliche, geschwisterliche Atmosphäre fast, dass sich hier Kollegen treffen und nicht Konkurrenten. Und so sollte es ja eigentlich sein, dass jeder mit dem, was er kann, am gemeinsamen Menschenhaus mitbaut. Was würdest du sagen, was macht die Immobilienbranche grundsätzlich falsch? Was könnte sie besser machen? Ich glaube, sie könnte ein bisschen weniger aufs Geld gucken und noch mehr auf die Bedürfnisse der Menschen. Ich glaube, es wird, um mal einen modernen Begriff zu gebrauchen, zu wenig divers gebaut. Viel zu konfektioniert. Man läuft durch eine Einkaufsstraße. Wie furchtbar ist das denn? Man geht durch Wohngebiete und denkt sich, gibt es eigentlich nur noch diesen Häusertyp. Ja gut, da gibt es auch Bauvorschriften und ähnliches. Aber daran mitzuwirken, das fände ich schon gut. Und das Zweite ist, ich höre ein bisschen zu viel Klagen über Vorschriften und Fesselungen. Und dann frage ich die Baubranche natürlich, was tut ihr denn, um mit Politikern in Kontakt zu gehen? Es sind unsere Gesetze. Wir sind das Volk. Und da muss ich die Baubranche auch mal fragen, ob sie bereit wäre, in einem mit einzelnen Vertretern weniger Geld zu verdienen, aber dafür bessere Politik zu machen. Ja, das ist ja ein guter Ansatz. Wenn man jetzt ganz persönlich auf dich umschwenkt, du hast ja auch noch Wohnprojekte oder Immobilienprojekte. Erzähl mal davon. Wir kümmern uns um obdachlose Menschen und wir wissen, dass es einen Teufelskreis gibt. Keine Arbeit, keine Wohnung, keine Wohnung, keine Arbeit. Und haben uns deswegen das Konzept von Housing First zu eigen gemacht. Die MeinWeg GGmbH gegründet, die eine Sozialarbeiterin eingestellt hat, jetzt schon eine zweite, um obdachlose Menschen zu begleiten, die wieder wohnen wollen und dann auf der anderen Seite Immobilienbesitzer zu finden, die sagen, wir wollen, dass in unserer Wohnung, die uns gehört als Mieter, ein jetzt gerade noch obdachloser Mensch einzieht mit vollem Mietvertrag. Und das löst so viele Fragen aus. Bei den Eigentümern, aber auch bei obdachlosen Menschen. Man sollte sich mal nicht vorstellen, dass alle gerne in der Wohnung wollen. Das ist gar nicht so einfach, allein in der Wohnung zu leben. Da braucht es sehr viel Unterstützung. Und da wollen wir zu einem guten Matching beitragen. Und wenn ich dazu beitragen möchte, als Immobilienmensch, wo auch immer, dann wende ich mich an dich. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Kannst du das ein bisschen erläutern vielleicht? Die eine Möglichkeit ist, dass man für diesen Gedanken wirbt. Und bei denen, die Wohnungseigentümer sind, sei es jetzt die Wohnungsbaugesellschaften, sei es private Wohnungseigentümer, dafür wirbt, dass sie mit ihrem örtlichen Sozialamt oder hier im Rhein-Main-Gebiet gerne mit der Meinweg gegen die MBA in Kontakt treten und sagen, komm, eine von meinen 100 Wohnungen, die lege ich jetzt fest, die wird einem obdachlosen Menschen vermietet. Das ist das eine. Und wenn dann jemand einzieht, ist es ja ein Einzug ohne Umzug. Und das heißt, die Leute stehen dann in der Wohnung, da ist ja gar nichts drin. Und wenn da Leute sagen, komm, wir finanzieren eine Küche, ein Sofa, einen Fernseher, den Teppich und so weiter, dann hat man schon auch eine sehr gute Stadthilfe geleistet. Tonne, tolles Projekt. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Real Estate Lounge. Bin gespannt, wie dein Projekt weitergeht. Und du kommst ja bald nach München, aber da werden wir uns sicher wiedersehen. Ich fahre bei der Euro auf jeden Fall, bei der Expo. Ja, genau. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.